Halla tu cuerpo alegria macarena, que tu cuerpo para la alegria cosa buena. Ah, ich hab ja gewusst, dass ein Haken dabei ist. Schon fängt sie an, euch zu umgarnen. Aber ich warne euch, gebt ihr den kleinen Finger und sie nimmt sofort die ganze Hand. Ich warne dich, Prinzessin, lass keinen Menschen zu dir ins Haus, wer es auch ist. Und noch mehr, da macht jeder mal sein... Etwas echauffiert, liebe Frau, was? Strapazios, diese modernen Tänze. Und so kontaktarm. Was war denn das eigentlich für ein Tanz? Eine Rumba? Naja, aber dieser Rieseneinsatz wäre ja eigentlich eines besseren Stückes würdig gewesen. Ich meine, diese zeitnahen Themen hängen einem doch langsam zum Hals heraus. Haben wir uns nicht schon mal kennengelangt? Sie sehen jemand ähnlich, so ein bisschen entfernt. Oh, und die Spinnengewebe sind verschwunden. Mein Becher ist abgewaschen. Es klebt kein Zucker mehr am Boden. Die ist wunderschön. Sie ist zu zart und ist zu fein. Das kann doch nur ein Engel sein. Ich jag ein Sticktier auf einen Baum. Es setzt sich auf einen Ast. Und weil ich gerade drunter stand, da warf es ab Ballast. 96 Jahre, 5 Monate, 27 Tage. 86 Jahre, 5 Monate, 27 Tage. Na und, na und? Ist das ein alter fern Papagei? Was fällt Ihnen denn ein? Katschen darf nicht vor mir sterben. Tun Sie was dagegen. Tun Sie was. Sie sind wohl gleich sitzen geblieben in der sicheren Erwartung, dass Sie sowieso sitzen bleiben werden. Ach, Sie wissen doch ganz genau, was ich meine. Hier, was haben Sie in der Klassenarbeit geschehen? Du bist Schlafmütze. Wie hast du das nur erraten, wenn auch der Bart eingeht? Vielleicht ist die böse Königin bei Schneewittchen. Sie wünschen, meine Herren, was für Wiener Lachen sein. Wir nehmen uns hier. Was, was soll ich denn sein? Aber, aber meine Herren, das können Sie doch nicht machen. Sagen Sie was wollen. Ich werde Sie mit Ihnen nehmen. Ich werde Sie mit Ihnen nehmen. Das können Sie doch nicht machen. Suchen Sie wen? Der im ersten Stock links. Dankeschön. Warten Sie, ich schlag Ihnen in den Koffer. Ach nein, das ist aber nicht nötig. Och, mir macht das nichts aus. Ich bin tragen gewöhnt. Oh, so in einem Jahr. Sie! Was ist denn das? Da lämpt ja, bricht. Da brennt ja Licht. Äh, äh, einer von uns schleicht sich leise runter und treibt es rauf. Äh, ich meine rauf, äh, runter. Nein, 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 nicht so aufgeregt. Fangen wir an. Kommt dran an die Schüssel. Und zwar möglichst dicht. Die Ärmel rollt hoch, denn sonst geht es nicht. Nun schöpft reichlich Wasser, verteilt es im Gesicht und macht brrrr, brrrr, brrrr. Lass ihn doch, Kinder. Er hat ein leidendes Gemüt. Man muss ihn auf andere Gedanken bringen. Du hast aber faustgekitter den Ohren. Da die leider sehr spät erfolgte Auffindung dieses Schriftstücks ein völlig neues Licht auf den Gang der Wahrheitsfindung wirft, gibt das Gericht dem Ersuchen des Heimverteidigers statt. Ja, ich bin happy. Und der hier ist Seppel, der nie ein Wort sagt. Er weiß es selbst nicht, er hat es noch nie versucht. Ich tanze für mein Leben gern und halte rechts den Rhythmus. Doch oft vergisst mein linker Fuß, dass er dabei auch mitmutz. Ich habe nichts gesehen, gar nichts habe ich gesehen. Sie schließen das Kulissen-Tor. Ich weiß doch nicht. Wovor soll ich denn Angst haben? Ich weiß doch nichts, gar nichts weiß ich. Sag mal, Billy, bist du immer noch nicht fertig? Na, also ich mache jedenfalls Schluss. Es tut mir leid, ich habe im Moment nicht 100 sind viel zu viel. Verstehen Sie doch? Oh, sofort Grille! Es ist ein Gespelt. Und so hübsch wie eine Prinzessin. Sag, wie ging das zu? Danke, ich gebe gut Acht auf dich. Gib Acht. Danke.